Ihr glaubt nicht, was ich im Asia-Shop gefunden habe. Dort gibt es einfach Tarnhulu und ich habe es nie gesehen. Immer wenn ich nach China fliege, ist Tarnhulu das erste, was ich mir hole. Das sind kandierte Weißdornfrüchte und die werden auf der Straße überall verkauft. Die waren eingefroren und tauen gerade, deswegen hoffen wir mal, dass der Zucker noch knusprig ist. Oh, das ist klebrig. Oh, das ist klebrig. Die sehen einfach genauso aus wie in China, ich glaube es nicht. Oh. Mh. Mh. Oh, das ist knusprig. Gefroren ist es sogar irgendwie noch besser, weil dann schmeckt das so ein bisschen wie Fruchteis. Und da drin ist irgendeine Füllung, normalerweise sind da nur Kerne drin. Scheiß mal auf kandierte Äpfel, geht es im Asia-Markt, holt euch das. Tarnhulu ist sehr shit, es ist gesund, es ist süß, es ist wow.